ja hallo leute ich bin es wieder euer masterkiller wir spielen heute escape from tarkov und beschäftigen uns heute mit der skill quest chemical part 1 die besteht eigentlich aus zwei punkten das ist einmal der punkt find items that can help the investigation das ist dieser schlüssel 220 und einmal dieser teil find some information about the deputy chiefs past life beziehungsweise optional find the sleeping place of the former deputy chief of security so wir sind jetzt hier auf customs das ist dieser wagon richtung dem hinteren fahrexit punkter muss damit raus oder ganz sterben oder gar nicht rein so hier liegt normalerweise dieser schlüssel 220 in dem fall komischerweise schon nicht da aber ich hatte den hier auch so schon also das nicht nur da zu finden und die dokumente sind in diesem eck das ist allerdings eine sehr sehr funkelige sache wie ihr hier seht dann müsst ihr ein bisschen rumprobieren und ganz wichtig ist natürlich auch wieder dann mit den dokumenten die karte lebens zu verlassen könnt ihr dann auch überlegen aber die map von hinten quasi startet oder von vorne so hier sind wir wieder im exit wie immer wenn euch das video gefallen hat was mit dem daumen nach oben und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten quest ja kein getötet oder irgendwas